Hallo, herzlich willkommen hier in Hannover auf der EMO. Wir befinden uns hier auf dem Messestand der OpenMind AG. Create the future of manufacturing together. OpenMind bietet mit ihren Produkten, dem Hyper Milk Am System und dem agilen Hummingbird MES, durchgängige Lösungen für ihre Fertigung. Bitte, folgen Sie mir. Wir befinden uns hier an unserem Demo-Arbeitsplatz. Wir haben außerdem auf dem Messestand eine Grobfräsmaschine. Da gehen wir auch gleich zusammen hin. Aber wir bieten mit unseren Lösungen Ihnen digitale Transparenz. Wir stehen hier am Arbeitsplatz und sehen, dass an der Grobfräsmaschine aktuell unser Messebauteil bearbeitet wird. Die Maschine läuft aktuell. Das sehen wir hier. Wir sehen die übermittelte Bearbeitungszeit aus Hyper Milk und wie viel Zeit bereits aufgelaufen ist. Aber wie kommt so ein digitaler Job in unsere Jobvorratsliste für unsere Maschine überhaupt hinein? Wir schauen in unser Hyper Milk und dort können wir per Knopfdruck Daten, NC-Daten, Messprogramme, Werkzeuginformationen direkt aus dem CAMS-System an unseren digitalen Arbeitsplatz an der Maschine transferieren. Ohne dass wir in der Fertigung sind, haben wir auch Transparenz über unseren ganzen Maschinenpark. Wir sehen, die Grobfräsmaschine läuft grün hinterlegt. Hätte sie einen Fehler, wäre hier ein roter Button zu sehen. Die Herne hier läuft gerade nicht und unsere 3D-Druck-EOS-Maschine läuft gerade auch nicht. Wir sehen in Echtzeit, wie viele Stunden bereits die letzten Tage aufgelaufen sind. Wir sehen auch hier den Jobvorrat. Auf der Grob ist das letzte Bauteil auf der Maschine und wir sollten schauen, dass weitere Bauteile vorbereitet werden, um nahtlos an die Bearbeitung anknüpfen zu können. Aber ich würde sagen, gehen wir doch zur Maschine rüber und schauen uns dort auch an, wie es tatsächlich ist. Wir sind an unserer Grobfräsmaschine auf unserem Messestand angekommen. Wie wir bereits online in Echtzeit an unserem Test-Top-Arbeitsplatz auf der anderen Seite des Messestandes gesehen haben, läuft die Grobfräsmaschine aktuell, obwohl wir nicht vor der Maschine standen, wie eben jetzt. Wir haben hier immer alle Zustände, auch wenn wir nicht in der Fertigung sind. Und natürlich haben wir hier an der Maschine direkt auch alle Informationen, die wir für unseren Fräser-Arbeitsgang benötigen. Direkt per Knopfdruck, ich zeigte vorhin kurz auf den Hummingbird MES-Knopf in unserem Hyper-Milk-Am-System, per Knopfdruck sind diese Daten hier direkt an die Maschine übertragen worden. Unsere NC-Programme, unsere Laufzeiten, unsere Werkzeuginformationen. Direkt hier in der Maschine, online, digital. Auch den Hyper-Milk-Shop-Viewer haben wir hier zur Verfügung. Und wir übertragen die NC-Programme wieder per Knopfdruck direkt auf die Maschine. Eine Transparenz auf allen Ebenen, das ist, was wir Ihnen bieten. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.